Mein Name ist Corinna Wallinger und ich arbeite am Institut für Interdisziplinäre Gebrücksforschung, einem Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ich bin Biologin. Eine Biologin arbeitet mit Lebewesen. Es interessiert sie, was Pflanzen und Tiere machen und wie sie miteinander interagieren. Ich arbeite schon lange mit etwas, was die meisten von euch wahrscheinlich überhaupt nicht kennen. Denn ich denke, dass jeder Einzelne von euch noch nicht einmal davon gehört hat, dass es so etwas gibt. Ich arbeite mit Laufkäferkotze. Ich bin mir sicher, wenn jetzt nach diesem Video zu eurer Mama oder eurem Papa, zu eurer Oma oder zu eurem Opa geht und sagt es doch mal zu. Ich habe gehört von einer Wissenschaftlerin in einem Video, dass sie mit Laufkäferkotze arbeitet. Dann werden die euch fragen, wieso? Wieso bitte um alles in der Welt arbeitet eine ernstzunehmende Wissenschaftlerin mit Laufkäferkotze? Und warum ich das mache und warum das auch für euch sehr interessant sein kann, das werde ich euch heute in diesem Video kurz erläutern. Laufkäferkotze sind eine arten- und formenreiche Gruppe. Sie können mit sie klein sein, aber auch eine beachtliche Größe erreichen. Sie kommen in verschiedenen Lebensräumen vor, sowohl in Wäldern als auch in Feldern. Und was machen die Laufkäfer dann? Wie ein Name so sagt, sie laufen vor allem herum. Und damit sie so viel laufen können, müssen sie auch viel fressen. Und was fressen sie? Nun, sie fressen so einiges. Zum einen andere Insekten. Aber auch Spinnen, Regenwürmer, sogar Nacktschnecken fressen Laufkäfer. Einige von ihnen fressen auch Saunen. Und warum ist das interessant? Das ist insofern interessant, dass unter diesen Insekten auch Blattläuse zum Beispiel eine große Rolle spielen können. Blattläuse, das sind die kleinen, grünen, ekligen Wesen, die zum Beispiel auf den Erdbeinen, auf den Stielen sitzen, wenn man gerade eine leckere Nachspeise verzehren möchte. Genau diese Blattläuse verzehren Laufkäfer herzlich gerne. Oder auch Nacktschnecken-Eier, wie ich schon vorher gesagt habe. Auch ein Problem, vielleicht im Garten von deiner Mutter oder deinem Vater. Daneben fressen einige Arten auch Unkrautsamen. Und weil die Samen, die aufgefressen werden aus einem Feld, können nicht erwachsen und es kommt dann kein Unkraut in den Feldern hoch. Das ist vor allem natürlich interessant für die Bauern auch in unserer Landwirtschaft. Denn wenn viele Laufkäfer dort aktiv sind, habe ich ein geringeres Problem mit Unkraut. Laufkäfer sind damit ein wahres Omnitool. Sie verzehren einerseits Schädlinge wie Blattläuse oder Nacktschnecken und andererseits auch Unkraut. Und damit sind sie für unsere Landwirtschaft hochinteressant. Für uns stellt sich nun die Frage, welche der vielen Laufkäferarten, die man in einem Feld finden kann, hier besonders gut sind. Im Fressen von Schädlingen oder im Fressen von Unkrautsamen. Und wie kann ich darauf kommen? Mit Beobachten wird es schwierig. Ich habe euch schon zu Anfang erzählt, Laufkäfer laufen vor allem. Und wenn sie viel herumlaufen, kann ich sie schlecht beobachten. Wir haben dafür eine andere Lösungsmöglichkeit gefunden. Wir machen uns den natürlichen Abwehrmechanismus von Laufkäfern zunutze. Wenn Laufkäfer gestresst sind oder bedroht werden, dann übergeben sie sich. Wir nehmen nun die Laufkäfer, die im Feld zuvor gefressen haben, mit ins Labor und bringen sie künstlich unter Stress, sodass sie ihre Nahrung wieder hochwirken. Dieser Nahrungsbrei kann dann untersucht werden nach den verschiedenen Dingen, die der Laufkäfer zuvor gefressen hat. Das funktioniert aber nicht mit freiem Auge, denn im Nahrungsbrei ist nichts mehr zu erkennen. Auch eine Lupe oder ein Mikroskop wäre hier nicht viel nütze. Wir verwenden eine alternative Methode. Und zwar, indem wir das Erbgut, das in diesem Nahrungsbrei von den verschiedenen Nahrungsquellen enthalten ist, identifizieren. Das heißt, hat dieser Laufkäfer eine Sonnenblume im Samen gefressen, dann ist in diesem Nahrungsbrei die DNA der Sonnenblume zu finden. Hat er eine Blattblast gefressen, dann wird man die DNA der Blattblast finden. Mit Hilfe von Sonden können wir die verschiedenen DNA der verschiedenen Nahrungsquellen identifizieren und daraus dann Rückschlüsse darüber ziehen, was die verschiedenen Laufkäferarten gefressen haben. So wissen wir dann, welche Laufkäfer besonders gerne Unkrautsamen fressen, welche Laufkäfer besonders viele Blattläuse fressen oder welche Laufkäfer Nacktschnecken fressen oder doch lieber Regenwürmer. Und das liefert uns dann wertvolle Informationen, welche von den vielen Krabbeltieren besonders interessant sind als Helfer in der Landwirtschaft. Gleichzeitig untersuchen wir in diesem Laufkäferprojekt auch, welche Bedingungen Laufkäfer brauchen, damit sie sich wohlfühlen und sich gut vermehren können. So wissen wir zum Beispiel, dass Unkrautstreifen oder Gehölzstreifen zwischen den Fällern sehr wichtig sind für die Laufkäfer, damit sie sich während der Erntezeit zurückziehen können und danach sofort wieder die Fäder besiedeln können. All diese Ergebnisse der Untersuchungen zusammen, einerseits über die Nahrungswahl der verschiedenen Laufkäferarten, als auch über die Notwendigkeit der Gestaltung ihrer Lebensräume, können wir zusammenfassend dann in der Folge den Landwirten zur Verfügung stellen und ihnen Empfehlungen darüber geben, wie sie Laufkäfer in ihren Feldern fördern können. Dies soll vor allem dahingehend nützen, dass man in Zukunft weniger Gift in den Feldern benutzen muss, denn dieses Gift, was wir auf unsere Felder geben, landet letztendlich auch auf unserem Teller. Ich hoffe, ich habe euch mit dieser Präsentation einen Einblick in meine Arbeit gewähren können und euch zeigen können, dass auch die kleinsten Krabbeltiere eine große Rolle spielen können. Nun möchte ich euch noch schöne Ferien wünschen und vielleicht begegnet ihr ja irgendwo irgendwann einmal einem kleinen Laufkäfer. Dann schöne Grüße an ihm. Dann schöne Grüße an ihm.